so und damit alle leute was geht ab jetzt hier kommt zu einer wieder von die erste mission ich hab die letzte ist die metro oder wenn wir jetzt mal ich hab letztes mal die tante gespielt dann spiel ich jetzt den hier weil ich auch mal alle videos von den ganzen leuten krieg ja startet spiel los 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 so haben wir den heli jetzt da gerettet bzw diese tante da ich weiß gar nicht mehr wie er nachkommt das einsatzteam im einkaufsverdruck stimmt genau die scene ist das ist das ist wir in der parking garage unter der state mall es ist wer der distress call came from bumachkov ihr und ihr team stay in the sewer with svetlana watch the tunnels we'll scout ahead and let you know when it's safe yo genau hier sind wir ich hab ja meine neue ak stimmt ja im letzten video wir haben wir mit rechts auch wir können die rechts haben da wir auch hier sind wir woher wir sind woher wir sind woher wir sind woher wir sind gut da haben schon komplette magazine weggeschossen hier Ey, direkt am Anfang von dem Level kannst du da mal knicken. Ich höre den auch. Erlebt noch. Was ist die dumme Sau? Creep! Over there! Well, look at that. Ich dachte, du ziehst hier den, dumme Sack. Look, look at that. Doch, war denn da? Nee, schon sch... Springen ist immer nicht so schlau. Vielleicht ist ja nichts Besonderes drin. Die ganzen guten Sachen kommen eher später. Svetlana. We found your team's last location. No survivors, only their truck and some boxes. I need to see. I'm coming in. Wait, it's not clear. Anything? The area's safe for now. Bumashkov, get inside! We're at the end of the long corridor. I can't see. We can still reach the door. We're at the end of the door. We're at the end of the door. Make it quick. Was ist denn los, können die alle so direkt spüren. Das ist immer so ein Creeper. Das ist immer so direkt. 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 Kugel da nicht so durchgehen. Wo denn? Haben die anderen jetzt zu sorgen? Oksana. Was hast du für Sorgen? Oksana, was machst du denn? Du nervst mich gerade richtig. Wenn dir doch nicht mal Kisten gibt. Ich habe aber kaum Bock, dass sie in so einem Scheiß mal springen. Springladung abzubringen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, komm in! Oh mein Gott! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. da geht da mal weg nämlich den komplett verarschen alter ich wollte mich doch komplett verarschen ich denke wir gott der screamer weiter ich bin dafür scheiß so viel kann ich dir keine Das ist doch jetzt ein Witz. Das ist doch jetzt ein richtiger Witz. Ich, oh, wie soll ich denn immer noch raufholen, Mann? Ich will doch eine ganz andere Klasse. Ich werde die Klasse denn auswählen. So, und nochmal von vorne. Ich werde die Klasse denn auswählen. Das ist, wir sind in der Parking-Garage unter dem Stadtmall. Ich habe das schon gesehen, Mann. Wir haben Company. Das ist echt nichts. Das ist ein Schuss. 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 Ich habe das. Das ist ein Schuss. Ich habe das. Das ist eigentlich so. Das ist ein Schuss. Ich glaube, er hat mich gehabt. Ich glaube, dass wir alleine sind. eine springladung super wie soll ich meine scheiß verteidigung aufbauen ohne verteidigung gibt es ja nicht mal irgendwelche scheiß kisten du dumme missfliege wir finden deine team ist location no survivors nur der truck in some boxes i need to see i'm coming in clear bumashkov get inside quickly we're coming in left at the long corridor all the way at the end watch your fire dammit give me a second i found c4 make it quick what are we looking for they had a key a metal disc with indentations a key to what their mission was to activate a defense protocol beneath the kremlin a nerve agent in case of foreign occupation nerve gas would be spread around the inner city , the Reloading! The resistance used to hide supplies down here. There may still be equipment inside the locked rooms. I'll see what I can find. Coming out. We'll cover you. Oh, I haven't looked at that guy. Gas back! Reloading! Reloading! Oh my God, I'm really shooting! Something. They should slow them down. Voltage grid is armed. We've made too much noise. Let's move. No, I can't leave until I find it. This bullshit is going to get us killed. Look outside. We're living in hell. Struggling every day to keep our miserable lives. This could be the only chance to save our city. We've been giving an opportunity. We can't turn a blind eye. We've taken bigger risks for worse reasons. Get the fences up. Something is here. I can feel it. Well, look at that. Anything? Something's wrong. Something's wrong. Nothing. Come here. Come here. You're over here. Need some chat. Hey, we're back! Ja weg du dumme sie möchte so ein scheiß nur diese voll spaß nervige kackarsch von wieder die ganze vorhin konnte nicht weiter schießen nämlich doch komplett verarschen 50 mal auf den gleichen scheiße halten die geben so hart auf dem sack das place ist egal weg jetzt hier um die granaten ich sehe in opening to the street was 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 Look, there's a radio truck. There's a cable leading into the mall. Reloading. Hold still. I'll be okay now. Be more careful, for God's sake. Reload. We must silence him. I see an Infector. Hazmat, take him down. Hold still. Reloading here. Let's get to it. I'm inside the mall. Looking for the radio. Jewelry, fur coats, come on! Where's the fucking gun store? Nothing down here. Try upstairs. My hands are shaking. So, Berteidigung ist natürlich komplett für den Arsch, wa? Must be something. Keine verdammten Kisten. Brought in hell. Give me a second. Natürlich, ich habe aber auch keine Ladung. Also, bringt mir der ganze Scheiß hier gar nichts. Oh, doch, da. I have a defense kit. I set a stationary gun here. This juice down. They should slow them down. Voltage grid is armed. grüße noch so ein spacken zwei sachen ich habe eine Defenskette You are red food now! Oder ist noch einer? Mörser 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 Er ist richtig. Wir können sie nur überraschieren. Wir müssen das machen. Der Radio-System ist locket. Der Hardware-Key ist nicht hier. Woher finden wir das? Das ist es. Wir gehen nach dem. Nichts auf diesem Mann. Wir gehen. Somebody kill that screamer. No luck here. Look out. Screamer is calling in more zett. Willst du mich verarschen, Mann? Spacko. I've got the radio key. Heading back. I've got the radio key. Good. Here. Now get on with it. This will take a few minutes. Reloading. Set up guns, voltage grids, mines, whatever you can find. I see a gun's back. Take down the bull. Give me a second. He's down. Get down. Give me a sec. That's good. Let's come. Let's go. Wo kommen die zuerst? Junge, was ist denn mit euch los, Mann? Junge, was ist denn mit euch? Junge, ist denn mit euch? Wir haben einen Biss. Wir haben einen Biss. Wir haben einen Biss. Mein Gott, ich bin gut! Scheiße, hab ich ohne die Tür zugemacht. Frage. Frage. Hey, watch your shots! Ready to transmit. Go ahead. Feels good. If anyone can hear my voice, leave Moscow immediately. Do not pack your belongings, do not wait, leave now. The city will soon be engulfed in a deadly nerve gas. No one will survive. God be with us all. I said to repeat. Let's go. Let's get out of here! Move! 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 The screaming is attracting others! Move! 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 Look out! Creeper! We're loading. Das ist auch ein Ausgang. 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 Das ist auch ein Ausgang.